Achtung, eine wichtige Durchsage an die Fans von FC Hartmann. Auf uns wird diese Plymouth-Technik bete. Die ganzen Lippen-Aufforderungen von FC-Fans macht die Plymouth-Technik direkt wieder aus. Das gibt doch die letzte Strafe. Das ist sehr gefährlich. Die Plymouth-Technik ist ein bisschen zu verlieren. Die Plymouth-Technik ist ein bisschen zu verlieren. Die Plymouth-Technik ist ein bisschen zu verlieren. Untertitelung des ZDF, 2020